Hallo Freunde und Willkommen zurück zu Hades. Wir sollten erstmal unseren Controller einschalten. Haben in der letzten Folge es erneut geschafft, haben Vater erneut besiegt und wollten den Run starten, haben aber gesehen, wir sollen uns mal hinlegen. Machen wir das doch mal. Ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass sie ganz was früher kommt. Die Verantwortung, die Zagris, schreit auf seinen Vater, sehr unbefassend über die Urgenheit mit der Erhöhung erzelt, unter ein bestimmten Situation wie diese. Ich komme so schnell wie ich kann. Du, hurry auf. Die Tür zur Administrativ-Chamber beckons einfach über die Halle. Der Prinz, perchance, glaubt, dass er in der Zwischenzeit kann, ohne die Nachbar zu kommen. Das war's für heute. Die Probes sind zurückgekehrt. Ich... Entschuldigung, Vater. Ich habe einfach überlebt. Ich muss überlebt. Wie soll ich eigentlich wissen, wenn ich hier bin? Ich meine, jeden Moment, jeden Tag und Nacht hier ist alles gleiche. Es ist nicht alles gleiche. Der Hülle von Ixion's Green Light nimmt an obviously ein Lichter Hülle wenn es Zeit ist. Du bist ein Schmerz, nicht nur für mich hier, aber für diese ganze Operation. Jetzt zurück nach Arbeit. All right. Dann... ... ... Oh, gods. ... Oh, das ist jetzt... ... muss man evaluiert, organisiert und präsentiert. Aber Prinz Zacharias nicht mehr wissen, wo wir beginnen können. Ich kann gar nicht verstehen. Das ist nicht korrekt. Die Arbeit der Arbeit der Schäden, die für die Haus verabschieden sind, müssen die Schäden verabschieden werden. Die Schäden der Kompensation verabschieden werden schnell verabschiedet. Und zwar der Prinz kann nicht erinnern, all die notwendige Schritte. Ich habe nicht vergessen. Niemand hat mir gesagt. Die Schäden verabschieden von Tartarus verabschieden werden. Die Verabschieden verabschieden und öffentliche Antworten. Niemand von dem Prinz Zacharias ist bereit zu geben. Er... Verabschied. Die Training, die Prinz' die Arbeit zu ermitteln, um die Verabschieden zu verabschieden werden, um die Verabschieden zu lassen. Das ist nicht korrekt. Die Verabschieden auf alle Schäden in der Administrative Chamberen muss werden, um die Verabschieden zu verabschieden und verabschieden zu werden. In einer bestimmten Weise, die der Prinz' der Verabschieden hat. Er... Die Verabschieden von Tartarus verabschieden. Die Verabschieden von Tartarus verabschieden. Aber sicherlich, keine von den Tartarus verabschieden. Die Verabschieden von Tartarus verabschieden. Correct. Do you not remember anything I taught? Reviewing lists of claims from Shades with Grievances is a very important service of the house. Also, Lord Hades once attempted to impress upon his willful son. I can't understand any of this. Enough, boy. Wrap it up. At last, the work disliking Prince records a summary of the results of his attempts to be of any use to the administrative needs of his Grimm Father's house. Okay, I'm done. So, can I go yet, Father? Not only were you late again, but then you also failed to perform even the simplest tasks that I had asked repeatedly that you complete. How many chances do you need at this? I am too lenient with you. Too lenient? Instead of lambasting me non-stop, have you considered maybe training me some more to do this fascinating work to your satisfaction? You'll forgive me if I didn't memorize every laborious detail the last time you performed your monologue about how all this works. Excuse me? If I'm not mistaken, you're deflecting your incompetence toward me? As though the goddess of wisdom herself has come to aid you in your time of need. I could replace you here and now with any number of simple shades hungry to work here. Then why don't you? I don't want any of this. I'm not the one who drew the short lot with your brothers and got stuck here forever. Why am I having to do this senseless parchment pushing for you? Why are you stuck? You're not. You're fired. I was wrong to think you were prepared to take on any responsibility at all. And don't you ever invoke your uncles here again. Or I'll have you cast into the lowest pits of Tartarus. Now get out of my administration and my sight. Well, at least I can't be late for that job anymore. That's correct. Well, what a good thing is done. Well, we have to do something else. Well, I have to do something else. Well, I can't do something else. Das reicht um, die ist nämlich ein bisschen eigensinnig. Das ist halt schöner Start. Ähm, flackernder Wirbel ist nicht so cool mit der Waffe, wie man denkt, weil es einen halt teilweise daran hindert, sich zu heilen. Deshalb nehmen wir den Riesenwirbel. So wie. Und, ähm, also ich hoffe, dass das nächste Update ist, dass halt der, äh, der Wirbelangriff schneller aufgeladen wird. Das Problem ist, ob der Speer ist, dass die normalen Angriffe angeht, halt relativ langsam. Er hat halt eher so das Moveset vom Schwert. Aber, ja, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, kommt man auch damit klar. Und wie gesagt, es hat die Wörter, wir müssen unseren Speer nicht zurückrufen. Ähm, und... Also, der Spezial hier von der Waffe ist halt dadurch dann auch schon ein bisschen einfacher zu handeln, als vom normalen Speer. Hat halt nur noch kurze Fulldown, das war's dann auch schon. Ähm, wir brauchen Fensternis. Sehr viel Fensternis. Alles piekzen, was sie hier rumtreibt. Noch jemand? Double Kill. So, und solange wir nicht getroffen werden, muss ich mich hier nicht heilen. Das ist alles ganz angenehm. Auch wenn solche Räume hier sind super eignen, um sich zu heilen. Und ja, wir kriegen natürlich auch von den, äh, von zukünftigen Lebenserleiterungen, kriegen wir leider halt nicht so viel, wie ich gern hätte. Weil, ja, 50% Minus. Hinter dem. Ich find's interessant, dass die 25 runtergerunden, also abgerundet werden, die 5, 4 aber aufgerundet. Also, die haben 2,5 auf 3 und, ähm, ähm, entsprechend 12,5 runter auf, okay. Das macht keinen Sinn. Ich mach schon mal schnell bei beiden einen aufgerundet. Aber ein Band. Hab ich das nicht gesehen. So, lass uns mal so ein bisschen zählen, bitte. Schön. Und da ist's dann endlich auf Ruhe, bitte. Die hat sich auch was hält gelassen. Ready, Lance. So, lass uns mal so ein bisschen zählen, dass er so viel trifft, muss man sagen, weil er halt auch sehr häufig treffen kann. Oh, was ist da drin, liebste? Ich dachte sicher, dass du es rauskriegst, aber es scheint, dass das nassige Ort hat dich aufgerundet, nicht wahr? Aber nicht schau, und du gehst hart, nicht wahr? Oh. Ich muss zwar noch den Verknallschuss und das Upgrade, das Kusshändchen heißt das, glaube ich, nehmen. Aber nicht, wenn ich ihm eben schon das Bonus, äh, verliehen bekomme. Halt, ich mal kurz, bitte. So. Ja, die kann ich später hinweg. Ich bin oft begeistert, wie das hier gerade funktioniert. So, ne, was? Oh, ne, halt mal kurz, ganz schön. Oh, oder irgendjemand einer? Da könnte ich noch nicht dran. Okay. Der Vorteil ist, ähm, dass ich auch gerne versuchen würde, ist, den Rega-Spurt zu bekommen von Atmos, weil der Spurtangriff ist mit dieser Waffe unglaublich gut. Deshalb wäre auch noch ein anderes mögliches Abkommt, was ich gerne hätte, ähm, dass der Spurtangriff doppelt trifft. Das gibt's nicht meinst, der von Speer und nicht noch das Schwert. So, ne, es gab auf jeden Fall noch ein anderes Upgrade noch für den Spurtangriff vom Speer. Nö. Auch schön. Sehr gut. Direkt das Richtige geupgradet. Hier gibt's nochmal ein Upgrade für den, für die Herzschmerz-Attacke. Ist das gar nicht. So, kann man das nicht mehr tun. Das Wirbel. Das einzige Problem ist halt, wie lange Recoverate-Zeit nach dem Wirbel. So, und hier auch, ähm, Dash entsprechend auch canceln können. Ist was, was man sich durchaus mal im Kopf verhalten sollte. Das ist ein Schmerz-Attacke. Das ist ein Schmerz-Attacke. Das ist nicht du. Hey, Sir. So, wie mag die Surface? Hey, Prinz. Jetzt hast du endlich eine Chance zu sehen für dich selbst. Nicht so schlecht, ich hoffe. Es dauert ein bisschen zu sein, das ist sicher. Ich bin nicht sicher, dass ich mich komplett verletzt bin. Hast du es, Sir? Oh, du weißt. Ich habe noch immer alles, was wichtig ist. Und das Rest? Es macht für preciousen Erinnerungen, die ich nicht gehabt habe. Ähm... Was ist das? Ähm... Ich nehme mal die Finsternis, weil... Finsternis, wie gesagt, brauchen wir. Ich hätte auch den Obolus nehmen können, aber... Aber... Er will ich irgendwas davon haben. Ich meine, das könnte ein cooler Boden sein, klar. Gleichzeitig denke ich mir, boah... Könnte halt auch echt Schmutz bei rumkommen. Hallo, Fury-Sisters. Redblood. Du musst in einen Pakt gehalten haben. Ist das nicht richtig, Redblood? Sag mir jetzt mal. Na klar, ich habe das. Aber ich sehe nicht, wie das von deinem Geschäft ist, Alekto. Ich arbeite alleine arbeiten. Und du siehst nicht, dass du das jetzt machen möchtest? Und du siehst nicht. So ich würde sagen, das ist meine Geschäft, aber... Also mit dir zu töten. Also mit dir zu töten. Wie viel Mach-2-Pirios ist das? Ich denke, das ist nicht so cool. Ich denke, das ist nicht so cool. Na, ich gehe weiter. Ich meine, ich gehe weiter. Ich gehe mal. 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 Du hast doch noch den Anpflegers aber 70. Das ist jetzt leider nur zu wenig Scheiben. Also nur viel zu wenig Treffer. Aber das hat mir getan. Ich glaube sie ist noch mal in der Volle getreten. Ja das war mehr Schaden als richtig ist. Also ich kann es ja nicht sagen. Aber gut im Asphodel haben wir noch einige Sammeln. Ich kann es nicht aufzuhalten. Die Schäden sind auf besseren Terms. Vielleicht kriegen wir den Jägersport. Das wäre ganz nett. Und ansonsten gibt es halt auch ein paar gute Upgrades die wir so kriegen können. Wie Critschons oder so. Oder halt ihren Beistand. Na ja es fängt an. Das ist natürlich auch sehr gut. Den kann man leider halt nicht dabei rufen. Was immer noch sehr schade ist. Aber wäre wahrscheinlich auch zu broken. Das Problem ist. Wir hören uns halt für. Zwei, drei Treffer bei den. Das fällt halt die Zehn wie die nicht unter. Die Schaden machen wir nicht. Oh. 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 Ja danke. Das wollte ich gar nicht überlegen. So. Nehmen wir das Geld oder was ist die? Zwei. Wir haben jetzt eine gute Geldquelle. Dann hoffen wir mal, dass wir das bekommen werden. Oh. Wofür wir das Trinket-Mittelmänner haben. Das macht übrigens auch. Ähm. Pass auf. Kann es gut funktionieren können. Mit der Waffe. Bis die äh. Bis der deflagt auf den Angriff. Oder halt. Entsprechend. Das ist jetzt die Fläche. Ja. 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 Ich bin doch nicht immer so weit weg hier. Aber ich bin dann ja hochheilend. Dankeschön. Ja. 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 Nein, die Güte. Hm. Ähm. Wir nehmen mal die Druckpunkte mit. In der Hoffnung, dass wir trotzdem noch ihren Beistand nochmal kriegen oder irgendeinen anderen guten Beistand von einem der Götter. Ich gehe mal in den Shop. In der Hoffnung vielleicht ein bisschen HP zu bekommen. Komm, du kannst uns leisten. Ich weiß nicht, was ich jetzt haben würde. Weil ich sagen muss, ähm, es ist wohl angenehmer als die Verhaltens. Jetzt schon halte ich die externe Lusenkopf. Das ist sogar Gonenkopf. Just a bit longer. Ich habe ein simples Token für dich, Goddess. Aber es ist sinnvoll, danke für all die Zeit, die du mir hast. Du bist sehr dankbar, Cousin, um diese Offerung zu erzielen. Du mich an. Aber ich würde dich fragen, dass du dein Wettbewerb für das Zeitpunkt nicht meine. Wir sind nicht okay. Mh, dann krieg ich noch nichtmals was dafür. Ähm, naja, den göttlichen Tusch finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, das könnte nützlich sein, aber meh. Und das ist halt so. Ja, wobei, komm, wir nehmen den mal mit. Ähm, weil ich sag ganz ehrlich, der Beistand von ihr ist manchmal schwer, jetzt nicht unbedingt das, was ich haben will. Ähm, hier, hallo. Okay. Oh. Oh, mein großer Freund von Kritz. Oh, mein großer Freund von Kritz. Oh, das sind vielleicht nicht die Gegner, die ich mich aufbauen will. Mehr Schaden? Oder mehr Kritz-Chance? Ich push mal die Druckpunkte ein bisschen hoch. Kein Angelspot, nichts. Aber hier unten war ne Vase, ne Truhe. Mehr tue ich. Ich komm ja gleich nicht raus. Da wollte ich ein bisschen mehr rausholen an Gesundheit, aber naja. Ehm, Schlüssel haben wir immer noch nicht gehabt heute, deshalb holen wir uns hier noch was Schönes raus. Hier geht's. das ist schiefgegangen Oh, das ist schon wieder, ok. Ja, mit der Klappe. So schön. Noch mal Hermes. Jetzt soll ich meinen Besuch abschalten. Ich muss sagen, von Hermes könnten wir halt A, die Zusatzdashes bekommen und B, den schnelleren Angriff. Und der schnelleren Angriff heißt, glaube ich, bei dem Speer auch, dass sich der Speer schneller auflädt. Olympus, ich accepte das Message. Ja, doch, ich glaube, das funktioniert. Sehr schön. Ich muss sagen, die Hydro bietet sich auch recht gut zum Aufladen an, also zum Hochheim. Das Problem ist, ich muss sagen, ich hatte nicht im Kopf, dass das funktioniert. Ja. Ja. Da hat es nämlich jetzt dann nicht funktioniert. Wie? Das ist komisch. Was jetzt dann wieder? Na, Alter. Bis zum nächsten Mal. Das war's eigentlich schon. Das war's eigentlich nicht. Da geht euch. Ja. Ich war's eigentlich nie. Ja, theoretisch, man muss halt unterscheiden, will ich Schaden machen mit dem aufgeladenen Angriff oder will ich ihn teilen. Je nachdem jemand ihn teilen will, ist es natürlich cleverer, wenn man ihn nicht so einfach lebt. Jetzt müssen die ganzen Eier eigentlich loswerden. Das ist vielleicht alles voller flüssig, würde ich sagen. So, jetzt noch gut. Easy Snake. Easy Snake. Until you reconstitute again. Sehr schön. Ich finde, das ist bisher ein erfolgreicher 1828 Starro. Will ich... Was will ich noch haben? Ich könnte halt mal noch irgendwas Gutes für den Spezial gebrauchen. Was jetzt nicht unbedingt Ablenken ist, weil Ablenken ist für den Spezial halt nicht so gut. Unter Kühlen... ... wäre zum Beispiel lohnenswert, würde ich sagen. Das ist nichts Interessantes bei Verkopf, vielleicht auch nichts. Dafür sind die Boons zu gut. Und ich würde sagen, ab jetzt nehmen wir echt einfach nur noch... Die Meta-Boons, wenn er uns angeboten wird. Oh, ansonsten nur Boon-Upgrades und vielleicht Geld oder HP, je nachdem. Aber gut, das können wir uns dann in der nächsten Folge entscheiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hier morgen wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.